Der bekommt direkt seine Aktion, Brinkies legt vor für Seegert, aber super Rettungsstart vor den Kansa. Also wenn ich das richtig gesehen habe, kratzt er den mit den Eiern raus. Sorry, wenn ich das so salopp sage, aber da hat er wirklich alles riskiert. Und es gibt Rot und Elfmeter. Und das lässt mich jetzt ein bisschen schockiert zurück. Boyanda gegen Brinkies, 73. Minute, Brinkies! An die Ecke, dieser Elfmeter war gar nicht schlecht getreten, aber Brinkies sorgt ein bisschen für Gerechtigkeit. Es ist natürlich bitter. Es war eine ganz wichtige Rettungsaktion. Auch Schiedsrichter machen Fehler. Das ist einfach so. Das ist auch schwer für ihn vielleicht zu sehen, vielleicht weil es verdeckt war oder sonst auch immer. Es wäre natürlich schön, wenn er sich vielleicht einfach entschuldigen könnte und das bei der Urteilsfindung vom DFB vielleicht auch respektiert wird, dass es eine ganz klare Fehlentscheidung ist. Danke. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.